Okay, ich glaub ihm mal. Alles klar. Hm, ich glaub ihm irgendwie, leider. Come on, Eli. How else are you gonna pay for yourself? I got me a pension from the first war. It ain't much, but it does pay some. Hm, war falsch, verdammt. What size boot do you wear, Eli? Kind of like anything I can get my hands on. I'm wearing 11s. Okay, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das richtig ist. You're maybe 5'5, 5'6, tops. And you wear size 11s? I don't think so, Eli. That might be on the large side. Maybe 10s. Maybe 8s. Now that I come to think of it. Why punish children with your iniquity, Eli? You think I was never punished? You must know, what you're doing is evil. Well, son. Nobody's perfect. Der Typ ist sehr komisch. Oh, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, ob das war. Eli Rooney, I'm charging you with the first degree murder of Deirdre Muller. You don't want to put me back in the stir that badly, boy. You go ahead and try it. I beat that rat. I ain't a killer. Kann ich jetzt den anderen trotzdem noch verhören? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ah, Phelps. Galloway. Congratulations, her at hand. Drink, boys? I think you'll receive a commendation for this one, gentlemen. In the meantime, I'll speak to the DA about expediting the passage of the case. We need swift and merciless justice for poor Deirdre. Tja, ich glaub, eher der andere war's, ehrlich gesagt. Errungenschaft freigeschaltet Wunderknabe. Gefundene Hinweise, 12 von 12, Fragen richtig, 8 von 11. Oh, naja. Fall abgeschlossen, verdienstvoll. Kann sich auch ein herzliches Willkommen von Captain Donnelly und dem Bezirksstaatsanwalt gefasst machen. Sehr schön. Na dann gucken wir mal, wie's weitergeht. Bezirksstaatsanwalt. There is no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy. I just seem to know what he's doing. What are you doing? Die und Gion, daibutai Shuzuku Heida. See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect? We're here to kill the sons of bitches. Do you know why we're fighting the Japanese, Private? With respect, sir. These bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? The Seidenstrumpf-Mörder. Ah, Phelps. I was just discussing with Finn Bauer here how well you were doing. Have a seat. Yeah, my real name. And you could just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia Fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The D.A. couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another listener. Hmm. Okay, speichert der jetzt hier oder nicht? Hmm. Ich spiel noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Und dann werde ich den Stream für heute mal beenden. Hm, okay. Also, die Leichen kommen irgendwie immer näher an uns ran, so wie es sich anhört. Nicht, dass hinterher eine Kollegin unter den Opfern ist. Man kennt das ja. Ich glaube, da gab es jetzt einen Unfall mit der Straßenbahn und ich war nicht dran schmissen. So, kannst du zum nächsten. Hey, geh doch mal, okay. So. Wo ist es denn? Da hinten ist es ja. Lass mich mal durch. Na ja, ich streame ja schon seit neun Uhr. Mit einer kurzen Pause. Okay, gucken wir mal direkt hier, was wir hier haben. Hm, okay. Da knackt es schön. Küsst das Blut. Ich bin die Einschlafstimme, wenn du nicht einschlafen kannst. Je. Schön säuberlich abgetrennt hier. Die Haut. Und ich kann tatsächlich, glaube ich, den Stream von heute nicht hochladen. So, Stadtbücherei. Geburtsdaten um 7. Juli. Hm, okay. Gut, das hatten wir alles. Dann gehen wir direkt mal hier weg. The evidence in the Muller case was solid. I'm not convinced about Mendez. Best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered, naked. Yeah, yeah, yeah. We know the M.O. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes that Dahlia Perf has medical experience. Four women, all murdered, all put on display, all with messages. Möller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with Rode. Bruising from a small man's shoe. Further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Ich dachte, das hätten die Letzten schon gemacht hier beim letzten Mal. Okay, wir gucken mal hier. Der stellt jetzt gerade das A auf. Dann gucke ich mir das auch mal direkt an. Das ist wahrscheinlich... Ja, damit wurde die anscheinend schön stranguliert. Und guck mal, das ist auch schön durchsichtig gezeichnet hier. Fein, fein. So, wo hast du B hingestellt? Ach, B ist die Leiche. Okay, die hatten wir gerade schon. Hoppala. Jetzt bin ich noch über die Leiche gestolpert. Äh, C gibt's hier nicht. Was ist das? Wahrscheinlich von dem Gerichtsmediziner hier. Okay. Going to do that. So, stellen wir mal hier hin, das C. Okay. Dann gucken wir mal. Hier hinten fängt die Spur an. Genau, gehen wir weg hier. Ein Hüt. Das ist ab. Antonia. Same as a library card. Mhm. Okay. Das ist ab. Oh. Na. Schon wieder aus dem Spiel rausgetabt hier. Alles klar. Was gibt's hier noch? Da nix. Du hast hier noch was? Dann stell da ein Hütchen hin. Hat er vielleicht auch nicht. So. Was haben wir hier? Okay. Was ist das? Anscheinend was, was nicht hier hingehört. Alles klar. Was uns aber auch nicht interessiert. Gut. Mein Kollege ist doch schon wieder hier vorne. Das heißt eigentlich immer, dass ich gehen kann. Wo steht der denn da rum, der Lümmel? Was machst du hier, Kollege? In die Ecke, Pissin, oder was? Wie der eben. Okay, hat anscheinend was gefunden hier. Ein Damenschuh. Okay. 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 Was ist denn da noch? Dann gucken wir mal, ob er uns die Spur hier hinführt. Ah, hier steht er schon. Ja, das ist nett, danke. Muskill. Ah, hallo Toxic. Ah, gut. Hier haben wir Spuren. Ah. Ein Schlüssel. Okay, hier liegt noch was. Ja, ich glaube, der will uns damit was sagen, der Täter. Der will uns irgendwo hinführen. Und hier geht's hoch. Tja. 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 Eine gute Frage. Ja, dann gucken wir nochmal. Können wir hier hoch? Hm. Ich hab mein Mikro umgestellt. Was ist hier los? Wo rennt der? Huiuiui. Das war flink jetzt hier. So, ich guck mal hier. Was ist denn hier alles? Okay, hier hat anscheinend jemand Doktor gespielt, oder? Vielleicht ist das ja auch gar nicht für unseren Fall. Oh ne, da waren wir ja schon. Stopp, da waren wir schon. Gut, wir gucken mal hier weiter. und so weiter. Eltere